Die häusliche Krankenpflege Schumacher ist seit März 1992 ein inhabergeführter ambulanter Pflegedienst in Oberhausen. Heinz Schumacher ist examinierter Krankenpfleger und Lehrer für Pflegeberufe. Er und seine Angestellten bemühen sich stets bei allen Hausbesuchen höflich und respektvoll dem Kunden zu begegnen. Das Pflegepersonal ist Gast im Hause der Kunden. Das Team von Herrn Schumacher erbringt Leistungen der Krankenkassen, wie zum Beispiel Blutdruck- und Blutzuckerkontrollen, Anziehen von medizinischen Kompressionsstrümpfen, allen Formen der Wundversorgung und mehr. Heinz Schumacher ist es besonders wichtig, allen Kunden eine fachlich hochwertige Pflege zukommen zu lassen.